Einen wunderschönen guten Morgen euch allen und ihr seht, wir sind draußen. Der Frühling kommt, hoffentlich. Allerdings geht es bei mir nächste Woche noch in Skiurlaub. Also nächste Woche wählt ihr mein wöchentliches Update aus dem schönen Erzgebirge aus Oberwiesenthal hören. Ja, ich habe eine tolle Woche hinter mir, tolle Konzerte, eine wunderbare Sache, die ich unterstützen durfte im Kinderklinikum an der Universitätsmedizin in Mannheim. Heute durfte ich beim Radio RUMS dabei sein. Es ist eine ehrenamtliche Radiotätigkeit für Kinder, die da stationiert sind. Die dürfen da reinschauen, dürfen Musikwünsche äußern, dürfen mitmachen. Das war eine tolle Erfahrung. Die Woche geht es weiter. Am Freitag bin ich zu Gast mit Marc Marschall im Ella & Lewis. Wir werden unsere Lieblingssongs präsentieren. Da gibt es noch einige Restkarten. Da könnt ihr auf ellalewis.de schauen, ob ihr noch Tickets ergattern könnt. Und ansonsten morgen eine, wie ich finde, sehr wichtige Sache, die ich unterstütze zum Thema Wir gehen wählen. Es sind Kommunalwahlen und es sind Europawahlen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Demokratie, dass wir auch alle wählen gehen. Und da machen wir eine Initiative dafür, die ich sehr gerne unterstütze. Ansonsten am Mittwoch geht es wieder ins Studio zum Antonio zum Produzieren. Wir sind jetzt beim Song 4, also so langsam wird es ernst. Ich freue mich auf eine ereignisreiche Woche. Und nächste Woche sehen wir uns aus dem Schnee. Tschüss, euer Thomas.